Hallo liebe KiCat-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KiCat 7. In diesem Video möchte ich euch das Routen der Platine zeigen. Wir haben jetzt hier schon, oder ich habe jetzt hier mal die Bauelemente so einigermaßen positioniert, wie ich mir das jetzt gedacht habe, dass es richtig ist. Ich habe, oder was sollte man beim Bauteileplatzieren beachten, dass also hier möglichst immer gerade Verbindungen zwischen den Bauteilen, existieren. Das vermeidet dann entsprechende Knicke oder Sprünge in den Leiterbahnen. So kann ich das halt immer dann gerade ziehen, einfach um Winkel oder Abbiegungen zu vermeiden, denn die führen immer zu einem erhöhten Widerstand und zum verschlechterten Stromfluss. Auch das ist keine Neuigkeit. Dann nochmal hier der Hinweis zum Positionieren oder Ausrichten von Bauelementen. Es wird sich immer nach dem letzten Element gerichtet, was angeklickt wird. Ich wähle mal hier den Widerstand, sage jetzt Steuerung gedrückt halten, wähle den Transistor dazu aus, sage Rechtsklick und möchte das jetzt mal ausrichten auf links. Und es wird sich nach dem letzt angewählten Bauelement gerichtet. Das heißt, jetzt wird der Widerstand nach rechts verschoben und hier exakt auf diese Linie, hier exakt auf diese Linie verschoben vom Courtyard. Wir gehen mal zurück. Das möchte ich natürlich andersrum haben. Das heißt, ich muss also meinen Transistor zuerst wählen, Steuerung gedrückt halten, anderes Element wählen, an dem ich ausrichten möchte, links ausrichten, richten und ebola, unser Transistor sitzt jetzt hier auf dieser Linie. Ich habe jetzt schon mal ein sehr kleines Raster gewählt. Ausgerichtet wird sich hier nach dem Courtyard. Das ist also jetzt unsere linke Bezugskante. Das wird eben für rechts und Mitte ebenfalls gelten. Ich schalte jetzt hier wieder auf ein etwas größeres Raster, 1,27 mm oder 50 mm zurück. Dann möchte ich euch an dieser Stelle noch zeigen, wie man Bauelemente auf die Rückseite bekommt. Gehen wir mal hier drauf. Und wenn ich jetzt hier drauf bin, drücke ich die Taste F. Damit ändert sich hier sofort die Farben von den Layern. Wir sehen hier, das ist ja B-Silkscreen. Das heißt, aus unserem R2 wird jetzt hier dieses Violett, diese violette Farbe, eben weil der jetzt auf dem unteren Layer liegt. Das kriege ich auch anders hin. Ich wähle mal diesen Widerstand an. Rechts klick, Seite wechseln, F. Und hier liegt der Widerstand unten, also auf der Rückseite der Platine. Das kann ich jetzt mit jedem Bauelement machen, was ich da auf die Rückseite haben möchte. Und ich schaue mir das mal im 3D-Betrachter an. Wenn diese Bauelemente in der 3D-Ansicht vorhanden sind, werden sie auch hier eingefügt. Ich fasse hier die Platine an, halte links gedrückt, dann kann ich die mir hier ziehen. Und wir sehen also, diese beiden Widerstände, die ich jetzt hier mit der Taste F auf die Rückseite gebracht habe, liegen jetzt auch hier unten in der 3D-Ansicht. Gut, bei betrateten Bauelementen macht man das eher weniger. Aber eben bei SMD ist das ja doch häufig mal der Fall. Wir sehen auch hier, Platinenumriss fehlt oder ist fehlerhaft. Wir sehen, diese Platine ist jetzt hier viereckig gezeichnet, nicht mit diesen Bögen, wie es eigentlich im Platineditor zu sehen ist. Das mahnt hier der 3D-Betrachter an. Das ist ein DRC-Check. Ich vermute mal jetzt so in der ersten Idee, dass hier irgendwo mein Cat einen Fehler hat und dass hier irgendwo Linien nicht verbunden sind. Das werden wir aber dann sehen, wenn ich den DRC-Check mal laufen lasse. Ich lasse jetzt diesen Fehler mal hier ganz bewusst an dieser Stelle stehen. Dann kommen wir hier mal rechts zu unseren Buttons. Wir können jetzt hier Leiterbahn-Routen auswählen. Das ist die Taste X. Wenn ich hier draufklicke mit links und ein bisschen gedrückt halte, kommt auch automatisch die andere Auswahl, eben das differenzielle Paar-Routen. Wenn ich das jetzt hier auswähle, wird das auch hier als erste Ansicht gewählt oder gezeigt. Das heißt, wenn ich jetzt hier draufklicke, ich mache mal abbrechen und drücke hier nur kurz drauf, dann wäre jetzt eben das differenzielle Routen eingestellt. Wähle ich das hier wieder um, längeres drücken, nur zu rechts, kann ich jetzt hier wieder abwählen und habe das dieses als primäre Routing-Art eingestellt, eben hier die einfache Leiterbahn. Da wir keine differenziellen Paare haben, bleibt das an dieser Stelle. Das kann ich hier mit allen, oder das Verhalten ist hier bei allen Menüs, die hier so ein kleines schwarzes Dreieck haben, das gleiche. Wir sehen hier, es ändert sich dann eben auch hier mit diesen Gitternetz-Rasterpunkten, Anzeigen und dergleichen. Kann ich hier entsprechend umschalten. Ich erreiche das auch hier oben über das Menü. Das möchte ich euch jetzt hier auch mal näher bringen. Hier das Menü Route, da kann ich erst mal meinen Lagenpark kontrollieren. F soll die Oberseite sein, B soll die Unterseite sein. Ich könnte das jetzt auch umdrehen, indem ich hier die Checkboxen anders setze. Wir lassen das hier auf den Grundeinstellungen, das wir immer bitte prüfen, bevor ihr anfangt zu routen, dass ihr da nicht in Teufelsküche kommt. Wir bestätigen das mal mit OK. Und hier habe ich jetzt in diesem Menü im Prinzip hier die rechts gerade gezeigten Buttons drin. Einmal hier die Einzelleiterbahnrouten, Shortcut X, sollte man sich merken, differenzielles Paarrouten ist hier die Taste 6. Dann haben wir hier nochmal die drei für einzelne Leiterbahnlänge abstimmen, für das differenzielle Paar abstimmen und den Versatz abstimmen. Das wäre dann dieser Button hier rechts, sind dann diese drei Einstellungen auch nochmal drin. Also kann ich entweder hier drüber oder über das Menü erreichen. Was hat es damit auf sich? Im Prinzip kann es so sein, dass ich mal Leiterbahnen habe, die eine bestimmte Länge haben müssen. Zum Beispiel eben 5 cm, die dürfen nicht länger oder kürzer sein. Und dann kann ich das hier eben mit so einem Meander abstimmen, dass eben diese Leiterbahn soweit erweitert wird über diese Meander, bis eben diese von mir benötigte Länge erreicht wird. Das gleiche kann ich hier für differenzielle Paare tun. Oder eben hier zum Beispiel den Versatz bei differenziellen Paaren. Das ist auch ganz interessant. Und in dem Moment, wie ich ein differenzielles Paar ja route und dort entsprechend 45 Grad Winkel drin habe, läuft ja immer eine Leiterbahn innen, die andere außen rum. Das heißt, die ist länger. Und diesen Versatz kann ich dann eben hier mit diesem Werkzeug ausgleichen, dass eben am Ende dann doch wieder beide Leiterbahnen exakt die gleiche Länge haben. Dann kann man hier, und das ist eigentlich das Wichtigste an diesem Menü, den interaktiven Router oder diesen Routing-Modus einstellen. Für die Einsteiger empfehle ich jetzt erst mal hier Kollisionen hervorheben. Immer wenn ich hier drauf bleibe, sehen wir auch, dass ich hier so einen kleinen Taser-Text kriege. Den sollte man sich immer zu Gemüte führen. Der liefert wichtige Hinweise und vermeidet doch dann Fehler oder eben das Nachfragen oder irgendwelche anderen Probleme. Hier Kollisionen hervorheben für die Einsteiger. Ich kann dann natürlich noch schieben. Das heißt, wenn ich meine Leiterbahn-Route komme auf eine andere Leiterbahn, wird die entsprechend weggeschoben. Das WIA ebenfalls. Oder ich kann eben umgehen. Das heißt, ich stoße auf ein Hindernis und KiKid versucht dann automatisch das Hindernis zu umgehen. Das führt dann oftmals dazu, dass die Leiterbahn dann unkontrolliert wild um die ganze Leiterplatte springt, weil es vielleicht keinen anderen Weg gibt. Also ein bisschen vorsichtig damit umgehen. Für die Profis kein Problem, aber bleibt erst mal hier beim Hervorheben. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Dann haben wir hier eben verschiedene Optionen nochmal, wo ich die einzelnen Modis beeinflussen kann. Dass ich zum Beispiel Hindernisse überspringe oder eben Vias nicht schiebe. Jetzt würden sie geschoben werden. Das sehen wir jetzt hier immer wieder an diesem kleinen Taser-Text, der eingeblendet wird, wenn ich da auf dem Eintrag stehen bleibe. Ich lasse jetzt hier mal hier die Grundeinstellungen und drücke jetzt hier einfach mal die Taste X und jetzt kann ich anfangen, meine Leiterbahn zu ruten. Ich fange mal hier beim Spannungs- oder beim Connector an. Immer wenn ich klicke, wird hier immer eine Ecke abgesetzt. Dann kann ich hier wieder klicken, ziehe das jetzt dann eben hier runter und ich sehe hier schon, dass ich den hier anschließen kann. Es werden also immer die Pads hervorgehoben, die 9 Volt benötigen. Jetzt sehen wir hier, habe ich natürlich so einen 90 Grad Winkel drin. Den sollte ich natürlich nicht unbedingt nutzen. Ich sehe auch hier jetzt diesen 45 Grad Bogen. Ich könnte das jetzt hier noch ein bisschen rüberschieben. Das mache ich mit der Taste G. Dadurch wird also ein freier Ziehmodus angewählt und ich kann damit meine Leiterbahn gerade ziehen. Oder ich mache das hier mit der Taste D. Dann wird hier im 45 Grad Modus die Leiterbahn verschoben. Also ich kann jetzt hier so ein Element anklicken oder mit dem Mauszeiger drauf gehen, drücke die Taste D wie Dora und dann kann ich hier meine Leiterbahn so positionieren, dass er auch wirklich sauber liegt, wie ich das eben haben möchte. So eine 90 Grad Bögen, die sollte man natürlich vermeiden. Einfach aus dem Grund, der Strom möchte natürlich immer den kürzesten Weg gehen und der kürzeste Weg beim Strom ist in dem Fall hier um diese kleine Ecke außenrum. Ich zoome mal hier richtig rein, ja, hier außenrum. Das heißt, wenn jetzt hier Leistung drüber fließt, wollen die ganzen Elektronen hier um diese kleine Ecke, weil das der kürzeste Weg ist. Die sind nämlich auch faul, genauso wie der Tutorial Betreiber hier und dadurch bildet sich hier ein Strompunkt und das wird hier immer wärmer und das kann dazu führen, dass die Leiterbahn hier komplett ausbrennt. Das wird also hier thermisch belastet. Das sollte man also vermeiden. Man sollte also immer diese 45 Grad Winkel wählen oder, das möchte ich euch auch gleich an dieser Zeit zeigen, wir können mittlerweile im KiCat 7 die Leiterbahn abrunden. Wir sehen auch nochmal hier ziehen im 45 Grad Modus oder im freien Winkel D und G und wir können jetzt hier eine Leiterbahn abrunden. Dazu müssen wir hier zwei Elemente auswählen, das heißt, wir wählen mal dieses Element aus, drücken die Steuerungstaste, wählen das andere Element aus. Damit haben wir jetzt diesen 90 Grad Winkel und den möchte ich jetzt mal abrunden, indem ich eben hier rechts dick drauf mache, unsere Leiterbahn abrunden und gebe jetzt mal hier den Radius ein. Nehmen wir mal 4 Millimeter und ich sage OK und damit wäre jetzt meine Leiterbahn hier schön rund gebogen und das ist eigentlich mit die beste Variante. Hier fließt der Strom wirklich am effektivsten auf einer Leiterbahn herum. Das könnte ich jetzt auch mit diesen ganzen 45 Grad Winkeln hier tun. Das führt natürlich dann aber auch zu ganz schöner Arbeit. Ob das jetzt bei allen Dingen immer Sinn macht, sei mal dahingestellt. Hier bei so einem 90 Grad Winkel und bei so einem 9 Volt Leiterbahn, wo also auch unter Umständen Leistung drüber fließt, da macht das allerdings schon durchaus Sinn. Wir sehen jetzt, unsere Leiterbahn ist auch relativ breit. Ich nehme jetzt mal wieder die Taste X und möchte jetzt mal hier mal eine andere Leiterbahn verbinden und da sehen wir, die ist automatisch kleiner. Auch hier mache ich wieder mit Escape, breche ich das Werkzeug ab, sage mal hier Taste, wähle dieses Element, Taste D, dann kann ich die hier noch ein bisschen mittig reinschieben, meine Abwinkelung. Wir sehen, es wird also hier aufgrund dessen, dass wir jetzt Netzklassen eingestellt haben, auch automatisch sofort der richtige oder die richtige Netzklasse gewählt und entsprechend auch die richtige Leiterbahnbreite ausgewählt. Einmal hier die große für die dicke Leiterbahn, für die 9 Volt und hier eben für Signal. Das war jetzt das Netz D1-K. Das war also ein Default-Netz, wo ich keinerlei Netzklasse vergeben habe. Also das heißt hier 0,2 mm in den Einstellungen, kann ich nochmal hier drauf gehen, in den Netzklassen. Das ist also jetzt hier 0,25 mm Leiterbahnbreite, wird das automatisch ausgewählt und das andere war jetzt hier das Netz Power, was ja hier auch auf 9 Volt liegt. Und da sehen wir, hier haben wir 0,9 mm Leiterbahnbreite. Und damit, das hatte ich ja schon angesprochen, kann ich eben hier dieses Auswählen, dieses ständige Auswählen und möglicherweise Fehler machen von vordefinierten Leiterbahnbreiten vermeiden. Ich arbeite mittlerweile überhaupt nicht mehr mit diesen vordefinierten Leiterbahnbreiten, höchstens noch mit vordefinierten Vias. Und nutze das eben hier aus, dass ich mit diesen Netzklassen das schon von vornherein alles einstellen kann. Und Kiket nimmt das dann vollautomatisch sofort in dem Moment, wie ich jetzt hier die Verbindung anklicke. Soweit zum Routen, ich speichere das mal ab und im nächsten Video möchte ich euch dann mal hier das Autorouting näher bringen. Bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss.